I.P.U. International Psychoanalytic University Berlin Das ist die IPU von außen. Und das ist die IPU von innen. Das ist ein Student der IPU. Und das ist eine Studentin der IPU. Das ist ein Buch aus der Bibliothek der IPU. Kennst du das neugierige Kind in dir? Das frei von Anpassung weint, schreit, sich wehrt, direkt nach Zuwendung bittet. Andere tröstet, mit sich und anderen lacht, glücklich ist, sich und andere wertschätzt, respektiert, liebt. Wer oder was ist dein Gott? Wem vertraust du? Wen hast du? Wer ist dein bester Freund? Du selbst? Innenleben. Außenleben. Triebleben. Mehr Wissenwahl. Vor allem Leben und Verhalten des Menschen. Wie inszenieren wir Träume? Bin ich schön? Welche Sehnsucht steckt hinter Sucht? Ist der Mensch die beste Medizin des Menschen? Wer treibt uns an? Der Hund? Die Katz? Oder der Ohrung-Uton? Er ist nicht auf der IPU. Aber sie und sie und er und das Mädchen mit den Sandalen und die beiden dort hinten und er? mehr lernen, mehr forschen, suchen und finden. E-P-O E-P-O E-Po bei der t 같置iert weren't ihr? Wer über das S ateu?